Ich habe die Ehre und Servus aus Bayern, meine Willem Kippel-Freunde, hier ist euer Avon. Vielen Dank fürs Einschauen und Vorbeischauen und natürlich vielen Dank für euren Support. Leute, falls ihr neu hier seid, möchtet ihr richtig geile und tief recherchierte Informationen zusammengefasst in einem Video hören und sehen, dann seid ihr hier richtig. Natürlich auch News und Informationen, wesentlich Projekte, die einfach die größeren YouTuber links liegen lassen. Da seid ihr hier genau richtig, Freunde. Unterstützt diesen Kanal, damit es hier auch weitergehen kann. Und ich natürlich auch hier gepusht bleibe von euch, worüber ich mir natürlich keine Sorgen mache. Also vielen Dank hier auch nochmal. Unterstützt gerne mich und den Channel in irgendeiner Form. Und natürlich unten in der Videobeschreibung gebe ich für euch auch noch was zurück in Form von Affiliate-Links und natürlich meinen Content per se selber. Und bevor ich es vergesse... Richtig. Leute, seid einem halben Jahr kein Fanta mehr getrunken. Oh, Wahnsinn. Okay. Also, nein. Bevor ich es vergesse, Leute. Let's fett's erstmal rein hier. Also eigentlich wollte ich sagen, bevor ich es vergesse, Leute. Ich werde das ab jetzt jeden Monat durchziehen. Und zwar ein Like ist gleich 10 Cent für euch. Natürlich, wenn das Ganze ausartet, dann muss ich das ein bisschen runterschrauben. Dann machen wir 5 Cent pro Like, aber aktuell 10 Cent pro Like. Und am Ende des Monats werde ich all meine Likes sozusagen für euch zusammenzählen. Das heißt zum Beispiel 1000 Likes werden dann 100 Dollar oder USDT für euch in den Pod. Und das wird dann jedes Mal, jeden Monat zusammengezählt von mir. Und jedes Mal, jeden Monat in meinem letzten Livestream des Monats kommt dann ein Pod zusammen. Lass es 100 Euro sein bis 500 Euro und das live dann verschenke ich euch in meinem letzten Livestream jeweils. Also nicht vergessen, jeden Sonntag zwischen 9 und 10 Uhr morgens früh beginnt mein Livestream für euch. Und wenn ich so im Chat immer wieder sehe und picken wir dann immer wieder jemanden raus. Natürlich anhand eines Zufallsprinzips. Da gebe ich das alles Ganze, eure Namen dann in den Tool rein. Und das ist mein Plus-Dankeschön und so ein Gewinnspiel jeden Monat am Ende, jeden Monat für euch. Und ihr könnt euren Pod selber gestalten, indem ihr mir Likes zuwirft natürlich. Nur das By the way, Leute. Und by the way, habe ich ja noch was für euch. Tangem Express, Leute. Es ist so richtig herrlich, was Tangem hier macht und auf seine Community hört. Man kann immer mehr in dieser geilen App machen bei Tangem. Sicheres Krypto-Swapping zum Beispiel jetzt tausche Tokens mühelos in der Tangem-App aus. Ich habe es schon ausprobiert, Leute. Mit Dex und Central Exchange und Blockchain-Bridge-Optionen. Maximale Sicherheit dank manipulationssicherem Chip natürlich. Signaturprüfung und Schutz vor Phishing. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Phishing, Scams, brutal. Wie viel da schon mitgenommen worden ist. Dein Krypto und deine Kontrolle. Ja, du kannst jetzt swappen, kaufen, verkaufen eigentlich innerhalb der App von Tangem, Leute. Und in der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch 10% Rabattlink für jegliches Tangem-Produkt. Also von daher auch unten in der Videobeschreibung mal vorbeischauen. Und dann Network Integrations Q1. Jetzt haben wir VeChain schon dazu bekommen. Ich glaube, XCC kommt erst noch, aber auch im Januar. Oder ist schon da. Februar, Algorithm, Hedera. Also mega geil, ihr wisst ja Bescheid. Wir sind hier auf meinem Kanal zumindest. Ja, privat bin ich natürlich generell noch diversifizierter. Aber ich kann einfach nicht so viel euch in Form von meinem Content und Videos wiedergeben. Weil mir einfach schlicht einfach die Zeit fehlt. Ihr wisst Bescheid, ich bin kein YouTuber, Vollzeit-YouTuber. Von daher sind wir hier auf meinem Channel auf Hedera, Algorithm, XTC. Auch hier und da VeChain, A0 und XRP natürlich konzentriert. Und davon sind gleich mal 1, 2, 3, 4 jetzt ab Q1 gleich auf der Tangem verwahrmöglich. Also schaut da gerne mal vorbei. Und heute natürlich, wie ihr anhand des Tumnes und Überschrift sehen konntet, absoluter Fokus in diesem Video auf Algorand und die Roadmap 2024. Was ist bereits passiert? Was wird getan? Wie sieht es auf der Entwicklerfront aus? Ihr wisst ja Bescheid, die Entwickler sind das Motor, der Motor schlechthin. Wenn es um Blockchains geht, um DLT. Gibt es keinen Entwickler? Ja, dann Pustekuchen. Pustekuchen. Irgendwann ist mal komplett alles aus. Die Entwickler sind die Macher. Und wie sieht es da zum Beispiel bei Algorand aus? Und auch bei diversen anderen Projekten? Dazu habe ich eine Tabelle mal für euch mir ausgepickt. Sehr interessant, also bleibt bis zum Schluss dran. Und fetzen hier gleich rein, was ich euch hier getwittert habe. Auch Algorand gibt weiterhin Gas. Ja, auch in diesem Jahr natürlich. Algorand verkürzt schon wieder, wohlgemerkt, die Blockzeit auf beeindruckende 2,88 Sekunden, wie ihr hier sehr schön sehen könnt. 2,88 Sekunden mit sofortiger Finalität dank Dynamic Lambdas. Ja, Dynamic Lambdas ist ein Mechanismus im Algorand-Ökosystem, der als Dynamic Phi bekannt ist auch. Das Algorand-Protokoll verwendet nämlich eine dynamische Gebührenstruktur, um Transaktionen abzuwickeln. Und vielleicht habt ihr es noch nicht gehört. Bei Algorand wird die Gebühr in Lumports gemessen. Ja, also was ein kleiner Bruchteil eines Algos ist. Also ein Algo sind 100 Millionen Lumports, wie zum Beispiel Bitcoin und Satoshi und XRP und Drops und so weiter. Einfach die kleinere Einheit. Dynamic Phi Contract, also DFC. Das Algorand-Protokoll verwendet eine Dynamic Phi Contract, um die Gebühren zu regeln. Dieser Smart Contract natürlich passt die Gebühren dynamisch an, um sicherzustellen, dass die Transaktionen trotz schwankender Netzwerkauslastung effizient verarbeitet werden. Umso mehr natürlich ein Netzwerk ausgelastet ist, umso mehr Fees muss man natürlich zahlen pro Transaktion. Das sehen wir bei Bitcoin zum Beispiel oder Ethereum oder jetzt auch bei XRP natürlich und bei jedem anderen. Ja, und hier wird das dank den Dynamic Phi Contracts hier effizient angepasst. Insgesamt sorgt die dynamische Gebührenstruktur somit von Algorand dafür, dass Benutzer der- und wettbewerbsfähige Gebühren zahlen, während gleichzeitig die Effizienz des Netzwerks aufrecht erhalten wird. Ich bin ein bisschen abgewichen, aber wir bleiben natürlich bei den 2,98 Sekunden Blockzeitreduzierung. Ja, man hat hier von 3,88 irgendwas auf 3,4 oder 3,3 die Blockzeiten gekürzt und dann jetzt nochmal signifikant auf 2,88. Und zu den Dynamic Lambdas, Leute, nochmal ein Tweet hier von Algorand oder bezüglich Algorand. Dieser adaptive Ansatz wird voraussichtlich nicht nur zu kürzeren durchschnittlichen Blockzeiten, sondern auch zu verbesserte Skalierbarkeit und schnelleren Bestätigungen führen. Leute, wir kennen natürlich diese Blockchain-Trilemma. Tja, das Blockchain-Trilemma durchbrechen, heißt es hier bei Algorand. Algorand zielte von Anfang an darauf ab, das Blockchain-Trilemma anzugehen und widersetzte sich der herkömmlichen Vorstellung, dass eine Blockchain einen Kompromiss zwischen Sicherheit, Skalierbarkeit und Dezentralisierung eingehen muss. Da sagen sie, nö, wir möchten hier kein Kompromiss eingehen, wir möchten das Ganze lösen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich interessiert es oder ist faszinierend immer zu sehen, wer wie was löst bei den jeweiligen Blockchain-Projekten. Das Protokoll und die Entwickler natürlich dahinter. Ja, hier auch nochmal bezüglich den Smart Contract Dynamic Fees. Ja, alles unten in der Beschreibung, wie immer, für euch paratgestellt, damit ihr auch, ja, damit ich hier euch auch nochmal Zeit spare in diesem Zusammenhang. Also Algorand plant für 2024 entscheidende Verbesserungen und Innovationen, um seine Blockchain-Infrastruktur zu stärken, Leute. Deswegen auch hier der Algorand Gambit, also die Roadmap für 2024, wo das Ziel ist, die Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu steigern und neue Standards zu setzen. Und das finde ich auch nochmal absurd geil, weil ich selber immer sage, die Benutzerfreundlichkeit ja für Entwickler und auch für uns Endkunden sozusagen, für die D-Apps und alles Mögliche rund um DLT, die jeweiligen Plattformen und die einzelnen Schritte, das muss einfach alles nochmal und nochmal einfacher werden, für die breitere Masse, Leute. Also was beinhaltet diese technische Roadmap 2024 für Algorand und seine Devs, also Entwickler? Tja, erstens mal dynamische Rundenzeiten, also Dynamik Lambda, wie hier auch schon mit erwähnt geworden von mir, die die Netzwerkleistung erhöhen soll, verbessert die Skalierbarkeit und verringert die Blockzeit auf durchschnittlich unter 3 Sekunden. Und das ist somit auch hier schon geschehen. Dann kommt natürlich noch AlgoKit 2.0 mit Python-Integration. Das sehen wir unter anderem hier. Einer der weltweit beliebtesten Programmiersprachen, Leute, verwenden, um auf Algorand zu bauen. AlgoKit 2.0 bietet ein umfassendes Toolset für einfache Entwicklung, Tests und Bereitstellungen. Also das hier mehr oder weniger eigentlich für Entwickler, weil was heißt das jetzt eigentlich? Heißt Millionen von Entwicklern weltweit, von Studenten bis hin zu den führenden KI- und ML-Experten von heute, werden bald die Möglichkeit haben, dezentrale Anwendungen auf Algorand zu erstellen und dabei eine ihnen vertraute Sprache zu verwenden, also Computersprache natürlich. Die können dann in nur 10 Minuten AlgoKit beginnen. Mit AlgoKit können Entwickler problemlos auf Algorand bauen, testen und bereitstellen. Mega geile Sache, Leute. Schaut euch das gerne nochmal an. Hier die Informationen, Videos dazu, falls ihr euch hier natürlich reinlesen müsst. Aber ich denke mal, die wenigsten von uns sind hier Entwickler. Tja und wenn wir schon mal beim Thema Entwickler sind. Und Developer, Leute, richtig geilen Tweet habe ich hier dazu gesehen. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also wir können sehen, dass Algorand Entwickler ansieht und zwischen 2020 und 2023 um 274% gewachsen ist. Stellen Sie sich vor, wenn Algorand 2.0 mit nativem Python offiziell veröffentlicht wird. Was ich euch hier jetzt zusammengefasst habe und gezeigt habe, dass das Entwicklererlebnis und generell zu entwickeln für die Entwickler und Programmieren wird hier einfach nochmal auf eine höhere und leichtere Stufe gehoben. Und deswegen hier auch der Tweet hier von Algorand France. Stellen Sie sich vor, wenn Algorand 2.0 mit nativem Python offiziell veröffentlicht wird. Was das nochmal für einen Schub an Entwicklern auf das Algorand Ökosystem lotsen könnte. Und jetzt sehen wir uns hier mal an. Ethereum natürlich weiterhin schon krass zu sehen. Die meisten Entwickler, also Anzahl der Neulinge, die im Jahr 2023 in jedem Krypto-Ökosystem Code geschrieben haben. Um das geht es jetzt hier zum Beispiel. Ethereum, Polygon, andere Solana, BNB Chain. Alter, auch krass. Das Kosmos-Netzwerk, das passt, das wundert mich jetzt nicht, dass das ganz vorne ist. Gut, Ethereum auch nicht, weil es das größte Ökosystem halt dementsprechend ist. Solana, Polygon, okay. Arbitrum, finde ich krass. Polkadot, okay. Near, Avalanche, massert sich auch immer mehr. Und Optimism, Internet Computer, der hat sich auch brutal. Seht man natürlich anhand des Preises auch. Dann Bitcoin, dann kommt erst Bitcoin. Auch lustige Geschichte. Hier, Monthly Active Developers support Bitcoin. Geht's, ja, schon hübsch nach unten, Leute. Geht's hübsch nach unten und nach unten. Also, auch eine interessante Entwicklung, dass Developer von Bitcoin einfach mal abhauen. Hier immer mehr. Und, ja, hier dementsprechend auch noch eine weitere Grafik. Dementsprechend sehen wir hier Algorand mit 274%. Filecoin, Cardano, IPFS, Lightning im unteren Drittel, sag ich mal. Kusama gut im grünen. Gnosis, Aurora, Moonriver Flow. Und dann hier ZK-Sync. ZK-Sync ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die auf ZK-Rollup-Technologie basiert. Ne, Moonbeam, Osmosis, die neuen, Aptos, Base, Sui, Starknet und ganz oben hier ICP. Also ICP. Wie gesagt, sehr, sehr interessant. Hier zum Beispiel auch, wenn wir zurückgehen. Wo war's hier? Ja, XRP zum Beispiel. Hier weiter hinten mit 312. Dann kommt hier zum Beispiel erst Hedera. Fast das Doppelte wie bei XRP. Die angeschriebenen Codes und dann hier Algorand hier mit 676. Stellar, ja, hier in diesem Fall Schlusslicht. Sehr interessant zu sehen und sehr wichtig, immer wieder sich das anzuschauen, wie die Entwicklerentwicklung dementsprechend bei den verschiedenen Krypto-Projekten natürlich aussieht. Und natürlich gibt es auch noch eine Developer-Report von 2023, was ich euch natürlich nicht beinhalten möchte. In dem Developer-Report von Januar 17, 2024 für 2023 wurden 485 Millionen Code-Commits aus 818.000 Open-Source-Repositories analysiert. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse, Freunde. Entwicklerzahl, Rückgang, auch bei Algo. Die Gesamtzahl der Entwickler ist um 24% gesunken. Allerdings wächst die wertvollste Gruppe von Entwicklern mit einer Anstellungsdauer von mehr als zwei Jahren, die den meisten Code-Beitrag weiterhin steigen lässt. Erfahrene Krypto-Entwickler, zum Beispiel Entwickler mit mehr als zwei Jahren Erfahrung in der Krypto-Branche, erreichen einen Höchststand mit einem jährlichen Wachstum von 52% in den letzten fünf Jahren und Multi-Chain-Unterstützung. 30% der Entwickler unterstützen mehr als eine Blockchain. Ein Anstieg um das Zehnfache seit 2015. Entwickler, die drei oder mehr Chains unterstützen, erreichen mit 17% ein Höchststand in diesem Fall und Globalität der Krypto-Entwickler. 72% der Entwickler stammen nicht aus Nordamerika. Leute, die USA verlieren ihren Entwickleranteil. Minus 14% seit 2018. 100%ig auch natürlich den Umständen geschuldet. SEC während Regionen wie Südasien, Lateinamerika und Osteuropa gewinnen. Natürlich, wieso? Weil es dort einfach viel, viel schöner ist und einfacher zu bauen. Es wird betont, dass die Verluste bei der Gesamtzahl der Entwickler auf eine Rekordzahl neuer Entwickler im Jahr 2022 zurückzuführen sind, die jedoch die Branche wieder verlassen haben. Ja, die Krypto-Branche wird als Multi-Chain global und von erfahrenen Entwicklern geprägt dargestellt. So, und zurück auf die Roadmap. Ja, wir sind ein bisschen abgewichen, aber ich finde das mordsmäßig interessant und auch sehr wichtig, wie gesagt, wie die Entwickler sich verhalten und halt weggehen oder Zuwachs bekommen auf der jeweiligen Blockchain. Also, was gibt es noch für Punkte auf der Roadmap? Nicht archivierte Realize, eine Anpassung der Netzwerktopologie reduziert die Anzahl der archivierten Realize, was die Energieeffizienz verbessert und die Betriebskosten senkt. Also, Realize in den Krypto- und Blockchain-Kontext bezieht sich der Begriff auf Nodes oder Server, die Information zwischen verschiedenen Netzwerkteilnehmern überträgt. Dann haben wir noch Konsensanreize, Argument führt Direktanreize für Teilnahme an Konsensus ein. Ja, wir brauchen ja immer einen Anreiz, um die Dezentralisierung zu fördern und die Netzwerksicherheit zu stärken. Ist ja logisch, umso mehr mitmachen, umso dezentraler wird man. Peer-to-peer-Gossip-Netzwerk zum Beispiel. Ja, Peer-to-peer-Gossip-Netzwerk. Der Übergang von einem Relay zu einem Peer-to-peer-Gossip-Netzwerk steigert die Dezentralisierung und macht das Netzwerk widerstandfähiger gegen potenzielle Störungen. Diese Entwicklung sollen Algorands Position als führende Blockchain-Plattform weiter stärken und die Grundlage für weitere Innovationen im Jahr 2025 natürlich legen. Das Gossip-Protokoll, Leute, ist eine Methode für die verteilte Kommunikation zwischen Peers. Also im Wesentlichen bedeutet das, dass Informationen oder Nachrichten auf einer dezentralen Weise zwischen den Teilnehmern im Netzwerk weitergegeben werden. Denn also dies halt das Protokoll von Algo. Also das ist halt das Protokoll von Algo. Das ist mit Gossip-Netzwerk gemeint. Und das waren die Punkte bezüglich 2024 und der Roadmap und was Algorand alles lösen möchte oder teilweise schon gelöst hat. Also mordsmäßig geile, bullische Roadmap und Punkte, was wir hier wieder lesen und hören haben dürfen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Zusammenfassung des Algorand-Konsensus-Incentivization-Diskussion-Papers, was beinhaltet, das Ziel des Projektes ist es, eine native Lösung auf Layer 1 zu entwickeln, um den Algorand-Protokoll zu modifizieren und die Ausführung des Konsensus durch Blockproduktionsprämien in Algo, der nativen Token von Algorand, zu incentivieren. Dies umfasst ökonomische und technische Aspekte sowie Maßnahmen gegen potenzielle Manipulationen natürlich. Die vorgeschlagene Lösung beinhaltet Anreize aus Traditionsgebühren, ökonomische Überlegungen, eine Payout-Funktion, die periodische Auszahlung von Belohnungen sowie Maßnahmen gegen Abwesenheit und Pooling. Es wird auch diskutiert, wie mit modifizierten Klienz umgegangen werden kann. Die Autoren betonen, Leute, die Bedeutung eines ausgewogenen Ansatzes bei der Festlegung von Gebühren, ganz wichtig, um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten. Insgesamt soll die Implementierung dieser Änderung zu einem dezentralen und sicheren Netzwerk führen. Um das geht es also. Die vorgeschlagenen Änderungen sollen voraussichtlich bis Mitte 2024, also auf dem Hauptnetz umgesetzt werden. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Genial und Bullish. Und falls das schlussendlich dann komplett ganz umgesetzt werden soll oder kann oder wird, dann dürfen wir uns hier weiterhin freuen, dass Entwickler und Unternehmen und Projekte und Dienstleistungen auf Algorand hier aufgebaut werden, Leute. Und dementsprechend natürlich Value generiert und irgendwann der Preis natürlich auch nochmal nachcrushen wird. Und nein, ich bin natürlich noch nicht fertig. Es gibt noch fünf Punkte, wieso Service Provider, also Händler und Unternehmen, den Euro D als Zahlungsmittel für ihre Dienste akzeptieren sollten. Und das alles aufgebaut natürlich oder gelauncht und gestartet über Algorand. Und das natürlich alles, by the way, Mika reguliert, so wie es sich natürlich gehören sollte. Also zum Beispiel keine rollenden Reserven. Was bedeutet das? Dienstleister erhalten sofort Euro D in ihrer Wallet und können es sofort verwenden, was ihre Liquidität natürlich verbessert. Keine Rückbuchungen. Dann haben wir Punkt 2 natürlich. Es gibt keine Rückbuchungen, was insbesondere bei der Bereitstellung digitaler Dienste wichtig ist. Punkt 3. Keine Transaktionsgebühren. Quantus Payment, dazu später gleich mehr, stellt eine kostenlose Zahlungs-App zur Verfügung und übernimmt die Blockchain-Transaktionsgebühren. Dadurch müssen sich Dienstleister und ihre Kunden nicht mit Krypto befassen. Wie gesagt, so leicht wie es irgendwie nur geht, irgendwie möglich ist für die breite Masse und für jeden. Punkt 4. Business Intelligenz. Jede Verkaufsstelle kann über eine eigene digitale Geldbörse verfügen und so zu einem Profit-Center werden. Dadurch lässt sich die Rentabilität eines Proof-of-Stake leicht bewerten. Und zu guter Letzt Programmierbarkeit. Die Programmierbarkeit des digitalen Wallets ermöglicht die automatische Ausführung für Euro-D-Transaktionen basierend auf bestimmten Ereignissen oder einem Smart-Contract und erhöht die Effizienz, Leute. Und hier natürlich die News auch dazu von damals. Quantos Payments gibt die Einführung eines regulierten und programmierbaren Euro im Algorithmen-Netzwerk bekannt. Und dazu hierzu quantospayments.com selber. Zahlungs-App. Forschende kompatibel EMT-Geldbörse Electronic Money Token. Für Kunden laden Sie die Zahlungs-App herunter. Führen Sie KIC-Prozess durch. Laden Sie Ihr Konto auf und senden und empfangen. Leute, unten in der Wirbelscheinung für euch die News dazu. Oder die Links dazu. Und da könnt ihr selber nochmal nachforschen. Cool, Leute. Das waren ja wieder mal zusammengefasste News und interessante News. Ich bin weiterhin bullish auf Algorand. Also, wenn man sich das Große und Ganze betrachtet, Leute. Es passiert einfach was. Das ist schon mal gut. Entwickler sind da. Das ist schon mal gut. Es wird vieles vereinfacht werden. Das ist schon mal gut. Weiterhin alles aufgebaut. Das ist schon mal gut. Es sind Updates durchgeführt worden. Das ist schon mal gut. Und der Preis wird höchstwahrscheinlich nochmal richtig hoch fetzen. Haben wir eh schon gesehen bei Algorand. Und ja, ich habe damals zwischen 0,8 und 10 Cent eingekauft. Jetzt sind wir eh schon bei zwischen 20 und 19 Cent. Und glaubt mir, der wird auch noch höher schallern. Aber diese will ich jetzt auch nur für die Preischecker. Ja, mir persönlich ist es scheißegal. Ich habe mal diese ganz unten gemacht. Und von daher kann ich hier abwarten, weil ich weiß, hoffentlich natürlich, ich bin auch nur ein Spekulant. Ja, wir Investoren sind Spekulanten mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung durch unsere Recherchen. Und ich hoffe mal, wenn es so weiter geht, auch mit Algorand wird es hier richtig reinschippern. Also Leute, investiert mir hier weiterhin klug. Ansonsten keine finanzielle Beratung. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Ciao, ciao. Ho ja, wun. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Was ist das, was ist das?